Moin Leute, meine Kamera-V ist heute nur 1,43m oder so, das will ich nicht wundern, die Perspektive ist ein bisschen anders. 1,45m. Und hier guckt mal, wir haben ein geiles Equipment von Rogue und so, in Westgrün-Freunde. Andere denken das ist Apfelgrün, nein, das ist Westgrün. Was hast du gewonnen für heute? Mal was Chilliges, bevor wir morgen richtig hardcore durchdrehen. Ja, legt euch lang hin. Ich würde es vorm Essen machen. Und ihr guckt, dass ihr, wenn möglich, mit dem Rückenkontakt zum Boden sucht. Ist bei mir immer schwierig. Und dann rollt ihr euch langsam auf. Das heißt, erst Kopf rum. Und dann rollt ihr langsam die Brustwirbelsäule ab. Das ist kein Pups. Das sind die Füße. Dann geht ihr bis hier ganz vor. Und macht euch lang. Und dann wieder langsam, gleichmäßig, sehr schön rundrücken machen. Immer noch die Füße. Dann berührt ihr quasi zuerst mit der Lendenwirbelsäule, den Boden. Dann kommt langsam die Brustwirbelsäule. Und rollt die wieder ab. Bis er komplett liegt. Wieder kurz lang machen. Und dann das Gleiche nochmal. Guckt mal, wie lange ihr das durchhalten könnt. Acht ruhig so fünf bis zehn Mal. Immer gleichmäßig atmet. Und dann zieht ihr mal zwei, drei Runden davon durch. Dann muss man ein bisschen den Rumpf mobilisieren gleichzeitig. Und ein bisschen Spannung reinbringen. Und morgen drehen wir auch völlig ruhig. Wie der ganze Start hier schon immer. Sportfrei. Bis gleich. fleisch.